They say love like this Hochzeitscafé, der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Comango Wedding Films, AW Lehrgang für Hochzeitspläne und Thank You, die Internetplattform rund ums Heiraten. Liebe, brauchbare, liebe, interessierte, herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast. Heute zum Thema Hochzeitsfilmer brauche ich eigentlich ein Video. Mein Name ist Cati Pellosato. Heute möchte ich euch ein weiteres Mitglied vom Hochzeitscafé vorstellen. Das ist Bart Beckers. Das ist unser Mann hinter einer Kamera, hinter dem Ton. Das ist der Mann, der unsere Geschichten verbildert und vertont, die ihr verfolgen dürfen. Aber er ist noch viel mehr auch begleitet, nämlich Hochzeitspaar in der ganzen Schweiz und auch im Ausland und erzählt ihre Geschichte natürlich auch auf Video. Seit kurzem ist er aus Holland in die Schweiz gezogen und in kürzester Zeit konnte er sich in der Branche einen Namen machen. Jetzt möchte ich mit Bart Fukumango über seine Leidenschaft als Hochzeitsfilmer sprechen und natürlich auch, warum man ein Video braucht als Hochzeitspaar. Schön, dass du heute vor der Kamera mal mit mir einen Kaffee nimmst. Vielen Dank, Cati. Danke. Was macht eigentlich ein Videograf? Ein Videograf macht eigentlich das Gleiche wie ein Fotograf, aber dann mit Ton und bewegenden Bildern, statt von nur ein statisches Bild. Also ich denke, das ist ein ganz anderes Gefühl wie ein Foto. Mit einem Einzelfoto kannst du eigentlich eine Geschichte erzählen, aber mit einem Video brauchst du immer einen Start, ein Mittel und ein End, so gesagt. Und das ist halt anders als ein Foto. Und du hörst die Leute, du siehst, wie sie bewegen, du siehst die ganz vielen Interaktionen im Gesicht und so. Und das ist etwas wunderschönes, was ich denke, was ein Foto nicht sagen kann. Also meine erste Erfahrung mit einem Hochzeitsvideo ist in den 90er Jahren gewesen. Und zwar ist das die Hochzeit von meinem Cousin gewesen. Da ist man wie in Italien üblich eingeladen worden, nachher an den Videofilm zu schauen. Der ist ungefähr fünf Stunden gegangen. Die Leute sind gekommen, sind gegangen, haben gegessen, haben geredet miteinander. Also es war mehr ein Happening gewesen, als ein Video zu schauen. Ich selber hatte für meine Hochzeit auch ein Video. Der ist, ich würde sagen, etwa so lange wie vom Winden verweht. Leider verstaubt er seit vielen Jahren in der Schublade. Was hat sich verändert in der Hochzeitsvideografie seit meiner Hochzeit vor fast 20 Jahren? Also wie lange war dein Video damals? 90 Minuten. 90 Minuten? Also sie ist, wir gehen schon von fünf Stunden auf 90 Minuten. Und jetzt machen wir eigentlich so von einer Minute bis auf 10 bis 15 Minuten. Das ist schon sehr, sehr lange. Was hat sich geändert? Puh. Die ganze Digitalisierung, das hilft schon sehr viel Instagram. Leute wollen gerne etwas teilen können. Und ja, auch wenn deine Mutter mit dem Fotoalbum ankommt. Oh, schau mal, Schatz, all diese Fotos. Und schau mal, dieses ganze Video. Niemand schau das mehr. Wir haben weniger Geduld, denke ich. Und das macht das Ganze einfach viel schneller. Die ganze Lebens, wie heisst das? Die Lebensinstellung ist schneller. Es ist halt viel schneller heutzutage. Und deswegen, wenn ich ein Video erstelle, auch für Instagram, das zwei Minuten geht, ja, das loset und loset nicht alle Leute ganz bis zum Ende. Also das muss schnell gehen. Das muss zack, zack, zack. Du musst schöne Momente zeigen. Und wenn es dann direkt ein wenig langweilig wird oder so, dann loset die Leute weg. Und das hat sich, denke ich, geändert mit was früher so, ja, einfach die ganze Zeremonie. Ich kann mich das auch noch erinnern. Die ganze Zeremonie. Da kommt, da kommt diese Gäste. Und da kommt diese Gäste. Oh, okay, okay. Ja, das machen wir nicht mehr. Jetzt machen wir ganz kurz schöne Momente. Und dann einfach, oder Musik, die bei das Hochzeitpaar passt, oder? Was kann man bei dir buchen? Was sind so die Sachen, die man jetzt zu einem Videografen buchen kann? Also gibt es einfach ein Paket und das buche ich und es gibt nur das? Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Package, die man bei dir buchen kann? Also bei mir kannst du alles fragen, was du willst. Aber um den Hochzeitspaaren ein wenig zu helfen, habe ich drei Pakete. Also klein, mittel, gross. Und dann, abhängig von welchem Paket, hast du da auch noch Drone-Footage dazu? Und auch noch ein kurzes Schnitt dazu? Oder man kann auch das Rohmaterial kaufen, zum Beispiel? Oder... Also ich persönlich finde immer so, viele, also jetzt nicht von Instagram, was du gerade gesagt hast, aber die Filme so, finde ich so die Trailer-Länge, so die 5 bis 8 Minuten, finde ich eigentlich immer so das Schönste von den Hochzeiten. Das sind so die Highlights, die wichtigsten Momente. Welche Erfahrung hast du gemacht? Welche Länge von Videos macht Sinn? Gibst du dann mehrere Längen ab? Also kann der Kunde sagen, ich möchte etwas 2 Minuten, ich möchte 8 Minuten und ich möchte 20 Minuten? Oder... Ja, was macht überhaupt Sinn? Ja, also das ist eigentlich nicht an mir zu sagen, was Sinn macht oder nicht. Das ist ein wenig an das Hochzeitspaar, was sie, was für Wert sie schätzen an das Produkt, oder? Also mein Produkt ist das Hochzeitsvideo. Und wenn sie sagt, hey, ich möchte so gerne all diese Tanzen da drin haben, na gut, dann bekommt sie all diese Tanzen in das Highlight-Video. Also das Highlight-Video, das ist dann so gesagt, das 5 bis 8 Minuten. Das ist alle Highlights von den ganzen Tag. Du kannst auch noch extra Zeremonien filmen oder extra Speeches oder so. Da hast du einfach die ganzen Speeches. Ich denke, dass das, was am meisten verkauft, ist, wie du sagst, 5 bis 8 Minuten. Da kannst du die schönsten, schönste Schnitte aus den Speeches und aus den Zeremonien nehmen. Das verarbeitest du dann mit schöner Hintergrundmusik und auch noch ein wenig andere Momente von diesem Tag. Und das gibt einfach ein sehr schöner, nicht zu langer, aber ein schönes Überblick über wie dieser Tag war. Wieso, da kommen wir auf die Frage, wieso sollten das Paar ein Videofilmer buchen? Was für einen Mehrwert haben sie, wenn du dabei bist und wenn du einen Film machst für ihre Hochzeit? Ja, genau. Eigentlich so, was ich vorher auch sagte, ein wenig ist es, du hast mehr, mehr Gefühl bei was du siehst, oder? Du siehst wirklich diese lebende Person. Zum Beispiel, meine, meine Freundin, ihre Onkel hat geratet und die sieht dann, also meine Freundin, ihre Großvater, so gesagt, also alles Familie, sieht dann mal diese, wie heißt es, die Bubbel, wie heisst das? Seifeblattern. Seifeblattern, danke. Und dann, wie er das geniesst, oder? Und solche Sachen, dass das Ganze auf Film wunderbar festhalten. Genau, festhalten. und ich denke, dass es in Fotos ist das doch schwieriger. Und auch, also das ist, wenn ich mein Stil, denke ich, dass, ich habe Momente eingefangen, wovon das Bräutpaar gar nicht wüsste, dass das passiert ist, aber auch wunderschön war. Also vielleicht siehst du auch einen anderen Blickwinkel auf deinen Tag. Diese Seitenmomente, diese Seitenimpressionen, die du gar nicht, ja, die du als Bräutpaar vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen hast. Mhm. Ersetzt der Videograf den Fotograf? Wie ist das Zusammenspiel zwischen dir und einem Fotograf, der vielleicht auch dabei ist? Nein, ich kann nicht einen Fotograf versetzen. Es ist ein anderes Produkt, oder? Das Video ist ein ganz, hat ein ganz anderes Gefühl wie ein, wie ein Foto. Ein Foto hast du immer da. Kannst du zeigen, kannst du aufhängen und dann kannst du das immer anloggen. Aber ein Video, mit einem Video geht das natürlich nicht. Mit einem Video ist mehr ein, ja, du nimmst die Zeit, das zu, zu anzulogen auf einen großen Schirm oder auf ein, ähm, einen Fernseher oder ein Lean Wand oder was auch immer, mit einem Glas Champagne dazu. Und dann können wir nochmal, diesen Tag nochmal erleben. Also das ist mein, mein, mein Ziel ist, wenn die Brot wirklich das Gefühl von diesem Tag nochmal erlebt, dann ist es Produkt für mich. Dann bist du erfolgreich gewesen. Ich denke. Wie ist das Zusammenspiel zwischen dir und einem Fotografen? Genau, das ist eine gute Frage. Also das ist wirklich Hand in Hand. Es muss wirklich, ja, wir stehen oder nebeneinander oder, ja, wir müssen einfach miteinander arbeiten, weil, auf meinen Filmen siehst du keinen Fotograf. Das ist nur, wo wir zusammenarbeiten. und das, das muss auch, weil, ja, dann kannst du sagen, ja, aber dann hast du die gleiche, genau die, die selben Winkel oder selben Momente. Aber so, es fühlt sich doch anders als wie ein Foto. Wenn du, wenn du laufst und die Seifeblase werde geblasen oder die Blüme fliegt, so, das, das sieht auf dem Film ganz anders aus als, als auf dem Fotografen. Als auf dem Fotografen. Und deswegen ist es, ja, wir arbeiten Hand in Hand. Also das ist mein Ziel. Und, ähm, genau, das Produkt ist halt anders. Ja. Wie muss ich mir den Prozess vorstellen, äh, vom, vom ersten Kontakt bis zum fertigen Film? Wie läuft das ab bei dir und deinen Kunden? Also, die treten mit dir in Kontakt, über E-Mail, was auch immer. Dann gibt es wahrscheinlich ein Gespräch. Wie läuft es weiter? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Kunden, mit dem Brautpaar? Genau. Also abhängig von den Kunden, natürlich. Ich habe jetzt Kunden von Amerika, die, die sind sehr schnell via Instagram und, und dann machen wir einen Zoom-Call. Aber meistens gehe ich am liebsten mit den Paaren einfach zusammen ein Bier trinken oder ein Kaffee oder so. Ähm, und dann ist natürlich die Sache herauszufinden, wie, äh, was für Musik sie schön findet, was für Filme sie luchtet, ähm, um mal ein wenig die Stil, die Art herauszufinden, was das Brautpaar mag, oder? Manche Brautpaare mögen es einfach ganz langsam, ganz, ja, wie heißt das, schweberig, entspannt. mit ein wenig ruhiger Musik und andere Leute sind wirklich Party Animals und dann musst du schneller schneiden, dann musst du andere Musik und, ja, also das herauszufinden und dann, ähm, abhängig von wie lange es zuvor gebucht ist, machen wir noch ein Gespräch, einfach Check-up, ist alles noch okay, äh, sind wir auf die gleiche Linie, hat sich etwas geändert, ähm, wollt ihr vielleicht das Produkt verlängern oder nicht, abhängig von der Planung und dann ist der Tag da und dann, äh, packe ich all meine Sachen und dann, äh, dann geht's los und, ja, genau so. Aber deine Arbeit endet ja nicht am Abend am 12. Wie meinst du? Also am Abend am 12. hast du fertig gefilmt, aber deine Arbeit fährt ja erst nachher an. Ja auch, stimmt, das, war ich fast vergessen. Hey! Aber das, ja, das ist genau das natürlich, ich meine, die, die Nachschnitt, das ist unglaublich viel Arbeit. Also das, wo, wo Kunde, wo Kunde für bezahlen, das ist eigentlich nicht nur, dass ich da bin, also natürlich auch, aber man hat das, das, das Ganze, ich meine, die Geschichte erzählt man erst nachher, weil in, in die Schnitt kann man einfach Sachen, die zuerst passiert sind, kann man am Ende erzählen oder andersrum. Und das macht es halt so schön, man hat so viele Möglichkeiten und welche Möglichkeit von Geschichte passt jetzt das Beste zum Brotpaar. Also da muss ich erst, erst was ich mache, ist in die Musikdatenbanken, weil Musik muss licenziert sein, können wir vielleicht nachher noch überreden. Genau, möchte ich dich nachher ein bisschen fragen, was... Ja, und da muss ich erst mal lozen und dann schaue ich mich alle Footage an, was ich, was ich gemacht habe und dann loge ich, wie fühlt sich das, okay, das nicht, das nicht. Und dann auf einmal hast du den richtigen Song für which. Und dann kannst du anfangen, okay, was mache ich jetzt erst, erst Zeremonie oder erste Party oder vielleicht doch erst der Make-up oder wie hat sich dieser Tag angefühlt. Und dann, und dann so geht das sehr langsam. Das ist ein richtiger Prozess, Und das ist auch, wieso Video wirklich sehr aufwendig ist. Da kommen wir nachher auf jeden Fall dazu. Kannst du ein bisschen erzählen, gibt es Trends, wo kommen? Ist das auch, wie zum Beispiel in der Dekoration oder verschiedene Sachen von der Hochzeit, hat es ja verschiedene Trends. Auch bei der Fotografie hat es Trends, hat es bei der Videografie auch Trends. Du siehst schon Trends, die von Amerika kommen, wo du sagst, hey, ja, das ist das, was kommt. Also, was jetzt wieder kommt, ist mit den alten Kamerafilmen, weil dann hast du Vintage. ist halt geil, wenn man, der Hi-8, genau, also das und 8mm Film, das ist wirklich eine Filmrolle, und da hast du in einer Rolle hast du eine Minute oder so und das zusammenverarbeiten mit deinem digitalen Bild ist halt, ja, das kommt jetzt immer wieder. Genau, dass dein Video ein wenig Vintage kombiniert mit schnellem Schnitt oder langsamem Schnitt, dass es ein wenig Vintage aussieht, das ist jetzt da, was ich merke. ähm, genau, ja, das wird auch ein wenig beeinflusst durch diese Instagram-Filter natürlich, durch diese Filter, die man auf dem Telefon hat und dass es, dass es manchmal einfach so verspringt oder so und dann siehst du das andere Bild, dass es dann so ist. Jetzt kommen wir auch in den Sinn, das ist eigentlich gar nicht, ich habe jetzt eigentlich etwas ganz Wichtiges vergessen, meine Eltern haben 1970 schon einen Film vor ihrer Hochzeit, ist zwar ein Stumm-Film, ja, aber irgendein Kollege, irgendein Freund hat das gefilmt und das ist wirklich so wie du sagst, so ein bisschen klotterig und wir haben das vor ein paar Jahren dann auf digital konvertieren lassen. Schön, Für meine Mami, ja, ja, siehst du, meine Familie war da recht früh trendig unter dem Haus. Siehst du? Nein, ich meine, wie wir schon gesagt haben, du begleitest sie mehrere Stunden am Tag vor Ort, also ist die Chemie zwischen Tieren und dem Brautpaar extrem wichtig, weil du bist in einer sehr, sehr nahe, gell? Ja. Du musst nachher das ganze Material in so, ich meine, es sind zwölf Stunden in fünf Minuten. Also ich finde es schon schwierig, wenn ich muss eine Fotoauswahl machen. Ja, also, wie viele Stunden dauert eigentlich so ein Schnitt, den du hast? Also, wie lange dauert der Prozess nachher? Ja, Also erstmal, pro Minute Film habe ich wirklich abhängig von wie vielen Effekten, wie es aussieht, muss es ein 8mm Effekt noch oder vielleicht noch Verspringungen oder was auch immer. Aber so in generell zwischen acht und zwölf Stunden pro Minute. Das ist viel. Ja. Ja. Also wenn, wenn meistens mit einem Film von fünf Minuten, dann hast du so einen Schnitt von 40, ungefähr 40 Stunden. Ich mache es ja bei den Fotos so vom Grossen zum Kleinen. Das heisst, ich gehe immer wieder ein. Gehst du auch so beim Film vor oder gibt es so Favourite Scenes, die du rausnimmst? Oder weisst du schon beim Filmen, oh, das würde ich dann reinschneiden? Ja, das Gute ist natürlich, ich bin am Tag vor Ort gewesen, also deswegen weiss ich ungefähr, wo die Momente sind, aber trotzdem weisst du nicht ganz genau, ich meine, es passiert so viel an diesen Tagen, es ist manchmal ziemlich hektisch, chaotisch, du bist mit dem Fotograf zusammen und manchmal verwackelt deine Kamera. Scheiße. Moment kannst nicht benutzen, also nicht benutzen. Da musst du halt einen anderen Moment finden, dass doch das Gleiche erzählt, als das Moment, was du eigentlich nicht ganz gut gewesen bist. Und das heisst, meistens habe ich am Tag so zwölf, ich filme nicht zwölf Stunden, weil dann kannst du einfach mit Kamera herstellen. Aber auch sieben Stunden ist viel. Nein, meistens habe ich so ungefähr zwei Stunden von alles. Und das ganze Material musst du halt durchgehen. Du musst schauen, wo sind die schönen Sekunden. Ah, da liegt sie ganz genau so und da ist das Licht gut. Und das ist ein perfektes Moment. Okay, das dauert drei Sekunden, vier Sekunden. Okay, das kann ich dann da verwenden. Und so musst du das dann immer schauen, wo du Momente verwenden kannst, sodass du deine Geschichte erst erzählst. Ja, die Geduld hat dich auch nicht. Ich auch nicht. Also, du hast gesagt, der Schnitt ist etwas, nachher kommt Text, es kommt Musik, es kommen Übergänge, die du musst reinbringen. Und du hast vorher gesagt, du kannst nicht einfach Musik aus dem Internet runterladen und sagen, ich nehme jetzt den Katy Perry-Song oder ich nehme jetzt den Song von ich weiss auch nicht was, sondern wie funktioniert das wirklich? Dass du das nutztest? Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Es hat alles zu tun mit Musiklizenz und Urheberrechte. Wenn ich zum Beispiel ein Foto mache, dann bin ich der Urheber von dem Foto. Und wenn ich dann das ins Internet stelle, dann siehst du das Foto und denkst, wow, cooles Bild. Das will eigentlich auch. Du kopierst das und du druckst es aus. Das ist okay, das ist für dein eigener Gebrauch, eigener Benut. Und dann ist es okay, das darfst du auch mit Musik. Aber jetzt ist es so, dass ich das will zeigen an andere Leute und dann wird es ganz anders die Geschichte. Dann ist es eigentlich so, dass ich muss das Foto gemacht. Das machen nicht viele Leute. Aber wenn Herr Becker sagt, hey, das ist mein Foto, du darfst es nicht verwenden, dann musst du Leute, oder musst du ein anderes Foto nehmen, wenn du es nicht verwenden darfst. So ist es auch mit Musik. Bei Musik, wenn Pharrell z.B. sagt, du kannst das nicht verwenden, dann ist es so. Aber du hast auch Musikanten bei wem du das verwenden darfst. Und dann ist es so, dass du den Musikanten bezahlst. Für die Verwendung der Musik. Also Nutzungsrecht. Nutzungsrecht. Genau. Und da gibt es Datenbanken dafür, die haben das Nutzungsrecht gekauft. Auf Menge. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber du kannst einfach ein Abonnement lösen. Und dann kannst du einfach jede Song abladen den du möchtest in diese Datenbank. Und die Urheber wird dann bezahlt aus dein Abonnement. Also es ist wirklich super, dass wir das jetzt haben. Früher gab es das nicht. Du musst zum Urheber gehen und Pharrell kommst du nicht an oder Michael Jackson das geht nicht. Aber diese Sache kannst du nicht verwenden in deinen Filmen. Es war ein wenig lang. wenn ich das zusammenrechne, die Stunde die du hast, und die ganzen Nutzungsrechte, was kostet so eine Hochzeitsfilm überhaupt? Das muss sich alles rechnen. Ja, ist abhängig von wie lange ich vor Ort bin, was noch zusätzlich gekauft wird, an Zeremonie oder Speeches Filmen oder so. Und natürlich wie lange dieser Highlight Film fünf oder acht oder zehn Minuten wird. Aber das fängt dann ab 3000 fängt an. Es ist sehr günstig, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit du dahinter hast. Ja, das stimmt. Wenn ich vis-à-vis schaue, haben wir ja ganz viel Technik da. Und Kameran, Licht, Mikrofon. Das kann man wahrscheinlich nicht immer so mitnehmen. Sonst müsstest du drei Assistenten haben, die dir immer alles nachenträgen. aber trotzdem ist Technik wichtig. Das ausleuchtende Ton ist wichtig für das finale Produkt. Das bringt nichts den besten Film, wenn du einen schlechten Ton hast. Was nimmst du an Hochzeiten alles mit? Also ich muss sagen, wenn ein Fotograf schaut, ich bin sehr eifersüchtig auf euch. Weil die nehmen einfach ihre Kameramäe Backpack mit und Backpack und dann ist es gut. Aber ich habe und viel Licht kann man das natürlich auch anders machen. Das ist meine Weise. Ich habe immer diese Mikrofone dabei. Das habe ich immer. Licht nehme ich eigentlich nicht mit. Weil ich finde es schön, wenn es einfach Tageslicht ist. Tageslicht ist immer das schönste. Und es gibt auch am besten die Flair von Atmosphäre. Atmosphäre Ambiance gibt es am besten da. Dann habe ich mein Audio recorder. Dann haben wir eine Kamera mit verschiedenen Objektiven. Verschiedene Objektiven für verschiedene Sachen. Am Abend habe ich ein sehr offenes Objektiv was viel Licht reinlässt. Und am Tag kann ich vielleicht ein Zoom Objektiv oder abhängig von wie was. Dann habe ich mein Stativ das mobiel sein kann. Dann haben wir natürlich die Verkabelung. Weil meistens was ich mache und das ist ein wenig ich hoffe die meisten Videografen machen das. Aber das ist nicht nur das einzige Mikrofon was wir benutzen. Es gibt auch noch ein zweites Mikrofon da oben ist noch ein anderes Mikrofon das ist der Backup Mikrofon und dann zu dritt haben noch ein Mikrofon das ich für den DJ meistens anschliessen. Genau. Und das muss alles verkabelt werden natürlich. Und lass mich denken. Ja, da hast du eine richtige. Ja, das Ganze musst du immer von A nach B nach C nach D immer wieder umschieben. Ja, also das Schwierigste mit umschieben ist eigentlich die Zeremonie. weil da viele Leute reden und da muss ich immer schauen wenn auch noch jemand Gitarre spielt manchmal dann willst du auch ein Mikrofon haben zum Beispiel und ja also das ist das meiste Stress wenn wir für ein Shooting gehen dann kann ich auch einfach eine Kamera nehmen und zwei Objektive und das reicht dann genau das ist nicht zu viel aber an Hochzeit ja Du hast gesagt ein Licht nimmst du nicht mit es ist aber wichtig wie du gesagt hast es muss gut ausgeleuchtet werden gehst du die Locations anschauen also gehst du zuerst dorthin schauen wie das Licht ist wie du dort arbeiten oder kannst du das mit der Kamera irgendwie arrangieren ja eigentlich so so ist es ich habe nicht die Möglichkeit um in Lausanne zum Beispiel eine Location anzuschauen oder meistens schaue ich einfach auf Google Maps oder einfach auf der Webseite von der Veranstaltung und dann sehe ich schon wie die Sonne geht und wo wir einen schönen Sonnenuntergang haben und auch viele Fotografen haben viele Orte schon gesehen und einfach eine Absprache mit Fotografen dann funktioniert das immer wunderbar aber du hast gesagt auf einem Kabel ist das auch brutbar auch nur die brutbar weil ich könnte theoretisch gesehen auch deinen Ton von dieses Mikrofon nehmen aber das ist nicht so schön deswegen hast du ein separates Mikrofon und ähm aber wenn das brutbar steht viel näher aneinander und wenn sie etwas liebes sagen zueinander dann fängt das Mikrofon einfach beides auf und meistens ist es so dass die Pfarrer oder so dann auch noch ein Mikrofon zuhört für die andere Leute zu sehen das wird dann auch noch zusätzlich aufgenommen genau also dann hast du auch Vorarbeit weil du musst das alles überprüfen dir überlegen wie verkabel ich das ja sind Drohnen überhaupt noch in also vor ein paar jahren war es keine Hochzeit ohne Drohne da ist immer über die Gäste die Drohne geflogen mittlerweile braucht es eine Bewilligung dafür also kann nicht jede Drohne fliegen und das ist wahrscheinlich nicht die gleiche Drohne wie mein Sohn im Keller hat oder hast du auch eine Drohne ja 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 das schöne von der Drohne ist halt dass du am richtigen moment etwas einen schönen Überblick über wie die Landschaft von deiner Location aus sieht ich schon oft erlebt dass Brut oder Brutigam natürlich jemand aus der Gesellschaft sagt hey kannst du bitte Zeremonie mal aufnehmen das ist ja heutzutage kein Problem mehr mit dem Handy kannst du aufnehmen die Filme kann man relativ einfach mit Webpublikationen schneiden ist keine Kunst also für mich schon für jemand vielleicht weniger also kätzerisch gesagt brauchen wir dich gar nicht wo unterscheiden sich deine Arbeit vom Kollege der Video macht in der Kirche wo sind die Unterschiede Aber das stimmt ganz du hast ganz recht eigentlich wurscht mich gar nicht das ist was das Paar will oder wenn du mit dein Handy aufnimmst dann nimmt es hat dein Handy hat ein Mikrofon das Mikrofon nimmt alles auf und wenn du in Chile bist und du stellst das Telefon an dann wird alles aufgenommen es schalt oder und wenn du das Mikrofon hast dann hast du so einen glasklaren Ton dass du mit dem Handy nie einfangen kannst genauso ist mit der Kamera du hast immer wenig das Gefühl dass das Bild das ist einfach ein Telefon das sieht man da haben wir einen großen Sensor das fängt viel Licht ein und das räuscht nicht und das ist halt gibt ein anderes Gefühl auch wenn du die Farbton siehst im Gesicht und solche Sachen also nein es braucht mich nicht grundsätzlich technisch gesehen geht es mit dem Telefon auch aber wenn man ein Hochzeitpaar einen Film schätzt und bewegende Bilder schätzt dann ist das eigentlich ein Muss Ich denke auch der Unterschied ist wenn ein Brutbo sagt ich will einfach nur ein paar Videos der Zeremonie vielleicht vom Einzug so kann auch ein Film von einem Kollegen absolut lang wenn man aber sagt hey es ist immer so was für Erwartungen hat das Brautbaar an den Film genau ich glaube dort unterscheiden sich die Sachen also die Erwartung das bleibt ein Video Film gedreht an einer Smartphone Kamera und bei dir sind die Erwartungen ganz anders du bei dir geht es auch um die Emotion wenn ich deine Filme sehe dann haben die ganz viele Emotionen drin wie fangst du die Emotionen an ich meine das ist etwas von ich finde das auch bei der Fotografie man kann einfach ein Foto machen und dann habe ich einfach ein Bild aber es gibt ja auch Foto und es gibt Video wo ich mir genau die Emotionen spüren wo dort stattgefunden haben wie machst du das ja ich denke das ist genauso wie ein Foto auch ich muss also grundsätzlich muss du natürlich auf den richtigen Ort sein auf den richtigen Moment die Aufnahme machen oder vielleicht ist es wenig eine schwierige Frage weil bei einem Film also die Emotion die du bekommst ist wegen du also 50% von einem Film ist der Ton und das kann dich wirklich fassen oder aber first look zeremonie dort den anschließend welches sind eigentlich die Emotionsträger eines Videos also wo sagst du dort passiert es das sind die emotionalen Momente da darf ich nicht fehlen und da muss ich auch meinen Job super machen also ich kann dir sagen als Hochzeitsplaner ist zum Beispiel Einzug in die Kirche von der Braut das ist dann wir 100%ige Arbeit leisten ja wenn dort etwas schiesse geht dann ist es schiesse gegangen du kannst nicht einfach den Braut sagen geh nochmal zurück also das ist ein sehr wichtiger Moment wenn die wenn die Brut Kille inkommt oder die Ringe oder die Ehegelübde wenn sie diese Sachen zu ihren Reden zueinander sagen und dann hörst du die Stimme dann hörst du siehst du die vielleicht deine Träne und vielleicht also wenn du das wieder siehst auf einem Film dann spürst du das Gefühl auch in dem Bauch wie schön das ist dass diese Liebe zueinander dass sie das zeigen oder und also sind Tränen Liebe Lachen sind eigentlich das die Emotionen die du in dem Film hast und nicht im Sinn der First Look oder Zeremonie das muss nicht unbedingt der emotionale Moment sein es kann der Moment sein wo der Brut zum ersten Mal sieht oder wo an der Brut die Tränen runterläuft bei Ehegelübde das sind die Momente glaube ich wo du weisst okay jetzt muss ich draufhalten ja ich habe eine komische Frage wie schaust du eigentlich durch die Kamera durch also mit welchem Blick es ist eine komische Frage ich weiss aber du musst ja wie so im Kopf so eine Abspielung haben so schaue ich innen das kontrolliere ich alles also stimmt Licht stimmt wo sie stehen stimmt das Bild und dann ist der Clou von dem ganzen obendrauf du musst die Emotionen auch einfangen also wie schaust du durch die Kamera durch es ist ja heutzutage nicht mehr durch die Kamera schaust du hast ja ein kleiner Bildschirm aber wie machst du das eigentlich eine ganz schwierige Frage weil das kommt auf dem Gefühl drauf an manchmal denkst du wenn du irgendwo läufst in diese Kirche oder in diese Natur wo sie sind oder denkst du ah das könnte ich ah ja diesen Moment muss ich einfangen weil das kann ich in diesem Film so und so benutzen oder emotionale Momente du musst einfach dabei sein oder du kannst nicht bei emotionale Momente einen Kaffee gut trinken aber genau also ich lache durch die Kamera als ob ich schon am Ende von meinem Prozess hinter dem Computer schon die Filme zusammenschnitt schneide ich muss also vor Ort schon wissen was ich nachher machen will oder und das ist genau so schwierig das du wahl manche momenten ja manche momenten sind natürlich logisch oder gielen oder der ringtouche oder der torte schnitt oder der first look der make-up aber darum herum braucht es noch ganz viele andere bilder also bilder und das passieren da ganz viele andere sachen es passiert auch ganz viele andere sachen und welche sache legst du jetzt die focus darauf und das ist am wenig das gefühl wie gehst du mit die menschen also wenn wenn ich als videograf rede sehr gerne mit die lüut und dann sind sie ganz entspannt also wenn ich die kamera hoch hebe also das sowieso erst reden trinken wir ein bier oder kaffee oder cola zusammen und dann nehme ich meine kamera und da sind die leute ganz entspannt tanzen und lachen und die merken die kamera gar nicht und dann hast du eigentlich die beste die schönste momenten was ist wenn vor deiner kamera einfach nichts passiert also wenn es einfach ein stink langweilige hoch zeit ist wo einfach nichts passiert kannst du eine hochzeit auf lustig machen also kannst du kannst du mein video upgraden auf eigentlich war es eine stinklangweilige hochzeit aber auf dem video sieht es aus als wäre eine hammer stimmung gewesen also bis jetzt ist das noch immer gut gekommen aber genau das ist was du aber das ist auch mein Job natürlich ich muss eine leere tanzfläche muss einfach voll ausgesehen oder und deswegen hat man da spezielle Kamerangels die man benutzen kann um es doch ein wenig mehr Schwung zu geben vielleicht macht man einen dreh mit der kamera oder bis zu etwas näher an personen ran oder genau also kannst du upgraden das geht ja also die Geschichte wird am Ende wird in den Schnitt erzählt und im Schnitt kann man so viel nach genau zum Thema Geschichte möchte ich jetzt kommen also Geschichte die erzählst muss einerseits zum Brautpaar passen also zu ihrer Art wie sie leben wie sie sind ich als Hochzeitsplanerin arbeite mit Spannungsbogen mit Dramaturgie mit Inszenierung das heisst ich unterstütze Momente mit Inszenierungsmittel damit sie noch viel stärker emotional viel stärker kommen das merken natürlich Gäste an und für sich nicht sie merken eher wie harmonisch wie emotional ist der Moment aber das haben wir natürlich künstlich hergestellt und deswegen muss ich zusammen arbeiten natürlich muss man nicht das Gefühl haben dass das künstlich ist es muss sich immer ganz spontan anfühlen wie erzählst du die Geschichte also du hast mir gesagt eigentlich in dem Moment wo du filmst bist du schon am storytelling an deinem schnittpult aber du kannst eine vorgängige drehbuch machen ich fühle das ganz schwierig du bist ja nicht so wie ein Filmemacher der ein drehbuch hat oder die Story fährst du die beim ersten Gespräch an entwickelst du die an dem tag wie geht bei dir storytelling also genau wie du sagst bei mir kommt das beim ersten kundengespräch einfach dann fühlst du wie sind diese leute wie sind wie wie tickt die genau und dann an diesem tag dann siehst du wie das wie dieser tag läuft läuft es ein wenig schwierig langsam dann ja dann da wird die geschichte eigentlich auch von alleine ganz ruhig etwas so wie du durch eine schöne landschaft läufst mit mit wind und ein wenig vögel vielleicht und ja dann wird auf diese weise kommt so die dann hast du eigentlich vielleicht eine eher chronologische form von geschichte erzählen als von ein sehr dynamisches Paar bei sehr dynamisches Paar kann es zum Beispiel sein dass ich erst mal anfange fängt die Film erst mal an mit der Party um mal rein zu kommen und dann habe ich die Zuschauer gefasst und dann hast du eigentlich der Party kommt der Klimax am Ende natürlich und dann hat man wieder Zeit zum atmen und dann kommt man in die Zeremonie rein also es abhängig von wie das Paar auch wenig funktioniert und wie die Tag für mich sich angeführt hat Storytelling ist wichtig es gibt nichts Schlimmes als der 5 Stunden Film oder so wo einfach kein Storytelling dahinter hat sondern einfach es wieder spiegelt was ist an dem Tag X passiert aber bei dir geht es auf der einen Seite ist was passiert aber auf der anderen Seite gibst du mit Ton mit dem Licht mit der Musik mit deinen Bildern erzählst du einfach eine Geschichte und das ist auch das schwierige und da muss ich ganz ehrlich sage ich meine jetzt mache ich meine Geschichte so wie ich sie zeige auf Instagram Website und vielleicht nächstes Jahr habe ich ein anderes Gefühl und übernächst Jahr das Gefühl entwickelt sich immer mehr und mehr und anders natürlich also wie ich jetzt Geschichte erzähle sagt nichts über wie ich in fünf Jahre vielleicht eine Geschichte erzählen ist in dem Fall auch ein Videograf ein Künstler also hast du so dein Fingerpoint wo du sagst ok meine Geschichte fühlt sich immer so an ich komme wieder zum Thema Fotografie das ist auch ein Stil also selbst blutbar auch deine Filme mal anschauen und sagen ok passt mir der Stil also ist das wie ein Gemälde wenn ich ein Gemälde anschauen kann ich sagen oh komme nicht daraus und ein anderer kommt und sagt wow was ist das für ein schönes Gemälde wird gleich reingezogen und das ist genau mit den Fotos Foto ist so wieso ist ein Fotograf hast du gerade einen Klick und mit anderen Fotograf lösst an Fotos und denkst du ja ok das passt nicht so zu mir das kann Farbe sein das kann das kann ein Winkel sein ein wissiges Beispiel ist zu mir wenn wir wenn ich mit meiner Freundin Sonja sie kommt öfters mal mit auf Hochzeiten als Zweitkamera und sie ist halt kleiner wie ich oder und sie hat die Kamera einfach auf eine andere Weise und dann siehst du schon wenn wir auf dem gleichen Moment da sein siehst du schon zwei verschiedene Videografen einfach etwas anderes zeigen einen anderen Winkel habe nein aber ich finde aber auch es ist gleich wie wieder auf das Thema Fotografie ist beim Videografie auch so du bist wir haben vorher gesagt du bist sehr nah an Brautpaar und wir sind alle also Brautpaar sind ja keine Models das heisst wenn das Brautpaar dich nicht mag dann siehst du das auf jedem Bild also es ist das kennenlernen ist extrem wichtig zwischen Tier und Brautpaar weil wenn das Brautpaar das Gefühl hat ich kann mit dem Bart nichts anfangen dann wird auch der Funken an dem Tag nicht überspringen oder verstehe ich was falsch das siehst du ganz gut weil das sieht man auf jedem Bild das auf jedes Bild ist deswegen kommt es bei mir fast nicht vor dass ich so eine Situation habe weil diese Kunde ja das passt nicht zu mir und das ja ich denke diese Paare würden sich vielleicht eher nicht für Videografie entscheiden oder dann können wir auch unser Gespräch zusammenfassen ich denke für jedes Brautpaar das sich für einen Videograf entscheidet ist auch wichtig ihn kennenzulernen ich denke der Preis ist sicher ein wichtiger oder Kost ist sicher ein wichtiger Punkt aber es geht mehr darum ist der Stil unser Stil ist der Videograf die Person die man gerne will den ganzen Tag an unserer Seite haben ja dass man nicht den stundenlang Film hat sondern dass man wirklich sagt hey ich will die emotionalen Momente die emotionalen Highlights haben dass man zusammenspielt also schaut wie funktioniert mein Fotograf mit meinem Videograf also vielleicht den Fotograf fragen hey hat es einen Videograf den du zusammen schaffst ja weil da stimmt ja die Chemie also nicht unabhängig von einem Handbuch und sagen ich habe den Fotografen am zweissten Videograf schaut mal wie er zusammen den Tag über die Runde bringt genau ja und das auch wirklich bedacht wird dass die Arbeit vom Videograf erst am Ende der Hochzeit beginnt dass 70% seiner Arbeit erst nachher kommen mit Schnitt und Nachbearbeitung von Fotografie ist es natürlich auch teilweise so ja genau dort ist es genau das gleiche also ist ein Video quasi auch eine Investition und kostet dem entsprechend dass Technik und die örtlichen Begebenheiten wie Leicht extrem wichtig sind dass der Film auch wirklich ein Erfolg wird oder eine Qualität hat und dass der Videograf nicht einfach nur Bilder aufnimmt sondern eine Geschichte erzählt habe ich noch etwas vergessen abschliessend abschliessend ich denke dass es sehr gut zusammengefasst ich denke das Bruttpaar muss ich einfach gut überlegen dass ein Video halt kein Foto ist mit einem Video kannst du so viel mehr erzählen und ein ganz anderes Gefühl darstellen als mit einem Foto ein Fotograf wird eigentlich immer gebucht oder aber Video ist noch nicht ganz so angekommen in der Schweiz aber kommt immer mehr und ich denke dass auch für die Schweizer Bruttpaare dass es sehr sehr schön sein kann um deine ganze Familie deine Freunde dein Liebster vielleicht deine älteren weil die wenn die noch alt sind oder so oder um die noch einmal zu sehen auf deinen schönsten Tag bevor wir fertig sind mit unserem Gespräch zwei Fragen interessieren mich noch und zwar was gehört für dich persönlich zu einem guten Hochzeitsfilm was ist so der Mast und was ist für dich so ein Don beim Filmen was ein Hochzeitsfilm unbedingt haben muss ich denke dass es wichtig dass wirklich die Zusammenarbeit zwischen Ton und Ton und Bild und damit diese Geschichte also die Geschichte ist wirklich Nummer eins und das bekommt man durch Ton und Bild wenn du zum Beispiel in die Berge bist dann machst du vielleicht noch eine Wind Ton Aufnahme darüber habe ich gar nicht über geredet aber separate Ton Aufnahmen machen wir auch noch solche Sachen verbinden um die Zuschauer genau das zu zeigen wie dieser Tag war war es kalt war es kalt war es heiß oder hat es windet oder war es dunkel stimmig oder war es einfach knallharte party und dann wird die Kamera auch ich gehe einfach auf die Tanzfläche und mit die Kamera mit das muss ein Hochzeitsvideo sein denke ich und was sind die don'ts und don'ts das ist sehr schwierig weil eigentlich ist alles möglich aber was ich was nicht so mein Stil ist eher viel Drohnen bilden einfach statische statische bilden bei mir bewegt es meistens die kamera ja und einfach musik und dann ein paar statische shots zeigen ich denke das haben wir jetzt gehabt oder und das das ist von früher meine ich das das ist jetzt nicht mehr so aktuell hey danke lieber bar dass du heute mal vor der kamera war ich weiss du bist mega aufgeregt danke für deine arbeit und dass du unterstützt an der entstehung dieser hochzeitskaffee verbreitung er ist eine ganz wichtige komponente wir können auch nicht ohne ihn leben ich freue mich auf viele podcast mit dir und wünsche dir wunderbare romantische einmalige hochzeiten ich freue mich auf unsere zusammenarbeit danke dass ihr zugelassen habt schreibt uns doch eure fragen anregungen wie immer wir freuen uns darauf folgen uns auf den sozialen kanalen youtube instagram spotify und vergesse nicht auch mal unsere anderen rubliken wie hast gewisse auf instagram mit diana zu schauen das ist es ist zusammen mit kath like subscribe and ring the bell ciao und den o e o a o 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 Vielen Dank.